Das ist ein Meter nach dem für mich schon glaubwürdigen Frau Lukas, die Leute jetzt an der Zeit. Und draußen, Blechinger Klaus mit einem Quad, mit einer Showinlage. Dann gehen wir alle rüber zum speisigen Dränkenkaffee und Kuchen im Restaurant. Rado Gicin, ich poste ab, ein Blick in den Klaus mit seinem Quad. Er versucht sogar ein Biele zu machen, der Blechinger Klaus. Rado Getti, poste ab.